Diese Menschenaffen sind die nächsten Verwandten des Menschen, wenn Darwin recht hat. Und das hat er zweifellos. Bis auf ein paar Details sind Anatomie und Physiologie im weiteren Sinn fast annähernd dieselben. Wir sind doch alle Hominiden. Ich atmete tief durch und stellte mich dem Unvermeidbaren. Gut, meinetwegen, Holmes, sagte ich. Sie würden ja doch nicht davon abrücken. Collingwood zeigte uns den Zugang zum Käfig des Opfers. Dieser, sowie das Kängurugehege rechts und die Unterbringung der anderen tierischen Geschenke links, hingen baulich zusammen. Hinter der Rückwand der Käfige schloss ein Personalgebäude an, von dem jeweils eine Tür in die Käfige führte. Einzelne Käfige jedoch, darunter jene des Orang-Utans und des Kängurus, verfügten auch über Querverbindungen in Form vergitterter Tore, falls man zwei davon zu einem größeren Gehege zusammenlegen wollte. Nachdem uns Collingwood alles Notwendige gezeigt hatte, machte er sich auf den Weg, um, wie verlangt, die Affenpfleger zu suchen. Nur zwei Minuten später kniete ich über dem Leichnam des Orang-Utans. Neben mir hatte ich demonstrativ meine Arzttasche geöffnet, abgestellt. Während ich noch überlegte, womit ich beginnen sollte, blickte mir Holm schon ungeduldig über die Schulter. »Nun, Watson«, drängte er mich, »was sagen Sie?« Ohne aufzublicken, antwortete ich, »das Opfer wurde erstochen.« Dann packte ich das Messer am Griff und zog es heraus. »Mit einem Jagdmesser«, ergänzte ich nun, »von beträchtlicher Länge.« Indem es tief in den linken oberen Rückenbereich gestoßen wurde, »Guter«, »von beträchtliches Aussagen, das waren zwei Technologien. »Aberkirchtlassen«, »verscheksttlose, oberen Rückenbereich gestoßen wurde, »verschekstlose, hat das auch eine Verstärkung gestoßen. »verschekstlose, das war eine Verstärkung.